Materie und Geist Vortrag von Helmut Hecker Gehalten am 20.01.1979 im Gemeinschaftszentrum der BGH Was geht uns als Buddhisten das Thema Materie und Geist an? Es gehört doch weder zur Frage des praktischen Verhaltens, also der Ethik, noch zum Gebiet der Herzensläuterung, Meditation. Warum sollen wir uns also damit befassen? Weil der Bereich der Lehre nicht nur Ethik und Meditation umfasst, sondern auch das ganze große Gebiet der Weisheit, die sogar an der Spitze des Achtpfades steht. Und zu diesem Gebiet gehört unser Thema. Ja, es geht uns mehr an, als wir auf den ersten Blick denken mögen. Denn alles, woran wir haften, besteht entweder aus Materie oder aus Geist. Und der ganze Sinn der Lehre besteht doch darin, dass wir uns von den Verhaftungen und Fesselungen lösen. Wie das Meer nur einen Geschmack hat, den des Salzes, so hat die Lehre nur einen Geschmack, den der Erlösung, sagt der Buddha im Vinaya in der Ordenszucht. Man kann sich aber nur dann von etwas lösen, wenn man durchschaut, dass es nicht lohnt, daran zu haften. Verhaftung und Erlösung sind abhängig von Werturteilen. Da haben wir nun vielerlei Meinungen und Auffassungen über Materie und Geist, nach denen wir uns verbindlich richten und nach denen wir unser gesamtes Leben ausrichten. Wir haben sehr, sehr tief verwurzelte Auffassungen über unser Ich, das wir mit dem körperlich-materiellen und mit dem geistigen identifizieren. Alles, was wir Ich und Mein nennen, liegt in diesem Gebiet von Materie und Geist. Daher wundert es uns auch nicht, dass der Buddha so viele Aussagen über dieses Thema macht. In der Pali-Sprache heißt es Nama-Rupa, was Karl Eugen Neumann mit Bild und Begriff übersetzt, wobei die Reihenfolge umgekehrt wurde. Die englischen Übersetzer sagen Matter and Mind, ebenfalls in Umkehrung. Der zweite Worteil, Rupa, allgemein meist mit Form übersetzt, aber vom Sehsinn her genommen und daher von Neumann hier mit Bild wiedergegeben, ist in etwa mit unserem Begriff Materie gleichzusetzen, also alles körperlich-sinnliche. Und Nama bedeutet ganz wörtlich Name. Neumann übersetzt mit Begriff, andere sagen Geist. Es ist der Gesamtbereich des Geistigen. Insofern kann man Nama-Rupa mit Paul Debesgut übersetzen als geistiges und sinnliches. Bevor ich auf die Einzelheiten von Materie und Geist eingehe, seien zwei Grundauffassungen genannt, die sich in der Welt über das Verhältnis von Materie und Geist finden. Das eine ist die religiöse Auffassung, besonders auch im Christentum, nämlich, dass aus dem Geist die Materie geworden ist, eine Art spiritualistischer Entwicklungsgeschichte. Gott ist Geist, heißt es, und er hat alles geschaffen, hat die Materie sozusagen aus sich emaniert, herausprojiziert, und die Materie wäre demnach etwas wie geronnener Geist. So wie dies von der christlichen Lehre dargelegt wird, besteht eine Verwandtschaft in der Philosophie mit dem sogenannten Idealismus, der Annahme, dass aus Ideen alles hervorgegangen ist. Die Gegenposition wird von der Naturwissenschaft eingenommen, die behauptet, dass aus der Materie der Geist hervorgegangen sei, dass wir eine Evolution vom Primitiven zum Höheren erleben, und dass anfangs eine Urexplosion der Materie stattgefunden habe, eine Eiweißspaltung, aus der dann allmählich sich die komplizierteren Erscheinungsformen des Lebens entwickelt hätten. Und bei dieser Entwicklung soll dann irgendwo, irgendwie, aus der Materie sich Geist und Bewusstsein entwickelt haben, sozusagen als ausgeschwitzte Materie. Zu dieser Auffassung findet sich in der Philosophie eine Parallele im sogenannten Realismus, der die sinnlich-materiellen Dinge als die reale Grundlage der Existenz ansieht. Diese beiden Auffassungen des Verhältnisses von Geist und Materie kann man beide eigentlich als unwissenschaftlich bezeichnen. Sie sind beide ja Behauptungen, sind nicht aus irgendeiner Erfahrung hervorgegangen. Ein solcher Anfang ist nicht von jemandem beobachtet und erfahren worden, sondern es sind Spekulationen. Der Buddha behauptet von sich, dass er das Verhältnis von Materie und Geist aus seinen meditativen Erfahrungen her selbst kennengelernt und dabei erfahren habe, dass es überhaupt keinen Anfang geben kann, dass da, wo Dinge sind und in einem Kausalablauf existieren, notwendig ein Anfang ausgeschlossen ist. Er hat, wie er sagt, in der Rückerinnerung nach dem Anfang gesucht und keinen Anfang in dieser Dimension gefunden. Aber das ist zunächst genauso eine Behauptung, die wir nicht nachvollziehen können. Hier geht es darum, von den nachprüfbaren, erfahrbaren Dingen her dem Verständnis von Materie und Geist näher zu kommen, eben die Sache als solche zu befragen. Und da will ich als erstes über das Phänomen der Materie Gedanken äußern, dann über das Phänomen des Geistes und als drittes die Frage, woher beides kommt. Und das ist dann eigentlich erst die Lösung, denn im Grunde kann man das Problem auf der Ebene, wo nur Materie und Geist gesehen werden, nicht lösen. Die eigentliche Antwort liegt erst in der tieferen Dimension, in der Frage der Herkunft. Zunächst geht es um die Analyse dessen, was wir als Materie auffassen. Und bevor ich dabei auf die Aussagen des Buddha über die sogenannten vier Elemente komme, will ich ganz kurz einen Hinweis auf das uns vertraute Gebiet der Naturwissenschaft machen. Ich weiß noch, wie ich in der Schule lernte, dass es 92 Elemente gäbe und dass daran nicht zu rütteln sei und dass das der Grundstein der Existenz sei. Heute wissen wir, dass es schon mehr Elemente gibt, ich glaube es sind jetzt schon 106, und dass man mancher hat künstlich herstellen können, die Transurane. Dieses Dogma von den 92 Elementen, das jahrelang die tragende Säule der Naturwissenschaft war, ist inzwischen schon wieder überholt. So erleben wir eigentlich ständig einen Wandel. Das, was heute als Axiom verteidigt wird, wird morgen schon durch weitere Ergebnisse erschüttert. Wir haben ja im Laufe der letzten 100 Jahre eine völlige Umwandlung der Naturwissenschaft erlebt, wo jahrhundertelang fest geglaubte Grundlagen erschüttert wurden und immer wieder neue Dinge und neue Versuche, die Dinge zu erklären. Man ging von dem Atom aus, das heißt griechisch ja das Unteilbare, und glaubte, da den letzten Baustein der Materie gefunden zu haben, bis man entdeckte, dass das Atom selber wieder teilbar war. Und heute ist es so, dass die Zahl der entdeckten Elementarteilchen des Atoms bereits größer ist als die Zahl der 92 Elemente. Das, was als Materie so fest erschien, zerrinnt dem Physiker bei der Beobachtung sozusagen unter den Händen. Und das Bohrsche Atommodell, in dem, so wie die Sonne von Planeten umkreist wird, in der Mitte ein Atomkern von Elektronen und Neutronen umkreist wird, ist bereits lange als unzureichend erwiesen. Und heute ist es so, dass man das Wesen des Atoms anschaulich gar nicht mehr darstellen kann, sondern nur noch in mathematischen Beziehungen. Die Materie ist nicht mehr greifbar. Sie ist nur noch als Energie nachweisbar und ihr Wesen auf der materiellen Ebene nicht mehr fassbar. In seinem Buch »The Tao of Physics«, auf Deutsch »Der kosmische Reigen«, legt der Physiker Capra selber die erstaunliche Verwandtschaft der letzten Ergebnisse der Naturwissenschaft mit mystischen Gedanken des Taoismus, der indischen Denker und des Buddhismus dar, die alle darauf hinweisen, dass das Wesen der Materie nicht von der Substanz her zu fassen ist, sondern nur von der Energie her. Ein Zitat vom Physiker Pasquale Jordan mag hierzu noch beigesteuert werden. Er sagt, »Was die heutige Naturwissenschaft in ihrer geistesgeschichtlichen Stellung entscheidend von der des 19. Jahrhunderts abhebt, ist die Tatsache, dass nach moderner physikalischer Erkenntnis der Materialismus aufgehört hat, eine naturwissenschaftliche Philosophie zu sein. Er ist stattdessen ein naturwissenschaftlich widerlegter Irrtum geworden. Jener primitive und substanzgläubige Materialismus des 19. Jahrhunderts, Büchners Kraft und Stoff und Häkels Welträtsel, hat sich heute in Energie aufgelöst und damit kommt die Physik bereits den Erfahrungen der Mystiker und des Erwachten vom Wesen dessen, was Materie ist, erheblich näher. Einer unserer ganz großen Physiker, Heisenberg, hat einmal gesagt, »Die kleinsten Einheiten der Materie sind tatsächlich nicht physikalische Objekte im gewohnten Sinne des Wortes, sie sind Formen, Strukturen oder, im Sinne Platons, Ideen.« So sind also die Spitzen der Naturwissenschaft und der Physik schon weit, weit weg von dem materialistischen Bild des 19. Jahrhunderts. Sie gebrauchen den Begriff Atom noch, aber nicht im Sinne des Unteilbaren und sind von dem ursprünglichen Atommodell bereits weit abgekommen, immer mehr auf das Wesen der Energie geraten und damit auch schon nahe an das Geistige, das Ideelle herangerückt. Aber diese Erkenntnisse der Physik nützen dem normalen Menschen in seiner Praxis wenig. Sie haben an der Weltgläubigkeit des Menschen eigentlich nichts geändert. Wenn die Welt ein rein energetisches Kräftespiel ist, das man gar nicht überschauen kann, das also letztlich ein sinnloses Geschiebe ist und zu dem Ergebnis kommen die Spitzen der Physiker, dann ist ja die einzige Lebensnotwendigkeit, dass man so weit wie möglich das Leben genießt und sich nicht darum kümmert, wie die Materie nun aussieht. So haben wir das etwas paradoxe Phänomen. Je klarer die Physiker philosophisch den Materialismus widerlegt haben, desto stärker sehen wir ein zunehmendes praktischen Materialismus. Offenbar ist von dieser Seite her durch Auflösung der Materie in Energie das Problem des Wesens der Materie noch nicht gelöst, ist die Frage noch nicht beantwortet, eben weil die Herkunft noch nicht geklärt wurde. Ein anderer Naturwissenschaftler, Elias, sagt in dem Buch Umwelt und Innenwelt, nach dem ersten Rausch der Schnelligkeit und technischen Vollkommenheit regt sich bald der Gedanke, lohnt sich das alles? Was nützt dies alles unserem inneren Frieden, den Problemen unseres Herzens und Gewissens? Was hilft denn aller technischer Fortschritt für unsere eigene Entwicklung von den Menschen, der wir sind, zu dem, der wir sein möchten und sein sollten? Solche Fragen führen bereits in die andere Dimension, in das Geistige und Seelische hinein. Aber nun zunächst das, was der Buddha über die Materie sagt. Er spricht von vier Elementen. Das scheint uns sehr veraltet, weil die Griechen schon von diesen vier Elementen Festes, Flüssiges, Feuriges, Luftiges gesprochen haben. Wenn wir einmal näher zusehen, wie es sich in der Wirklichkeit verhält, dann können wir sagen, dass man die 92 Elemente, die natürlicherweise vorkommen, in nur drei Gruppen zusammenfassen kann. Entweder existieren sie als festes oder als gasförmiges oder in einer der etwa 4 Millionen chemischen Verbindungen zwischen beiden. Und eine dieser chemischen Verbindungen ist H2O. Das ist das Wasser. Das ist von der Anschauung her ein völlig neues Element. Und so haben wir diese drei Aggregatzustände. Normales Wasser, wenn es gefroren ist, ist es festes. Wenn es verdampft, ist es luftiges. Und das, was die Wandlung des Wassers bewirkt, ist die Zunahme oder Abnahme des Wärmeelements. Und damit haben wir die vier Elemente der alten Griechen und des Erwachten. Der Buddha nennt diese vier Elemente Maha-Butta, das heißt wörtlich große Gewordenheiten. Der Name weist schon auf eine andere Dimension, auf ein Werden hin. Zu diesen vier Elementen gibt es einen schönen Vers von Schiller, der einmal sagte, Vier Elemente, innig gesellt, bilden das Leben, bauen die Welt. Das gilt für die materielle Welt durchaus. Sie ist nichts anderes als eine Mischung dieser vier Grundstoffe, dieser vier großen Gewordenheiten. Diese, etwas näher angeschaut, zeigen Folgendes. Das, was wir das Erdelement, besser das Feste nennen, ist im Grunde die Fähigkeit eines Zusammenhaltens, einer Kohäsion. Das heißt, dass ein Ding feste Grenzen hat. Feste Grenzen bedeutet, dass eine klare Linie zwischen Licht und Schatten besteht. Denn alles, was wir sehen, sind ja Licht-Schatten-Phänomene. Wo die Grenze fest ist, sprechen wir vom Festen, nehmen eine individuelle Gestalt an und glauben an dauerhafte Substanz. Im Grunde kann man sagen, ist es eine Kraft, die sich auf eine angenommene Mitte hin konzentriert. Eine Art Gravitation, eine Zentripetalkraft, die das ausmacht, was wir Masse nennen oder was Atomkern genannt wird, was aber physikalisch gar nicht greifbar ist. Der Buddha nennt diesen Kraftstoff des Zusammenhalts als grundlegenden Baustein der Gewordenheiten der Materie. Der zweite Baustein, das Wasser oder besser das Flüssige, ist das erste der drei bewegteren Elemente, die keine festen Grenzen haben. Das Element der Flüssigkeit ist gekennzeichnet durch Anpassung, Durchlässigkeit, Weichheit, Passivität, Nachgiebigkeit und wir können es abstrakter fassen im Begriff der Plastizität, der alle diese Erscheinungsformen in einem Begriff nennt oder im Phänomen der Welle, die nachgibt. Das dritte Element, das Feurige, ist das Gegenteil vom Wasser. Der Gegensatz liegt physikalisch beobachtbar darin, dass das Wasserelement sozusagen nach unten will, zum Meer hin tendiert und das Feuerelement nach oben, zur Sonne, zum Feuer unseres Planeten-Systems. Das Feuerelement wird auch besonders für seelische und geistige Dinge benutzt. Wir haben vielerlei Ausdrücke, in denen wir bildlich dieses Element zur Verdeutlichung solcher Phänomene nennen. Wir sprechen von einem Licht, das uns aufgegangen ist, von jemandem, der das Licht der Welt erblickt. Wir sprechen von der Lebensflamme, von feurigem Temperament, loderndem Hass, glühender Liebe, verzehrendem Kummer und von brennender Scham. Hier sehen wir, wie die Sprache seelische Dinge mit den Elementen ausdrückt. Es gibt einen schönen Vers von Nietzsche, der über das Feurige als Lebenselement sagte, Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme glühe und verzehre ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Das Feuerelement kann man fassen als das verändernde Prinzip, bei dem die Veränderung Inhalt und Selbstzweck ist. Das Feuerelement ist darauf aus, die Konturen des Festen und ebenso die Ruhe des Flüssigen aufzulösen. Es ist ein an sich reißen, umwandeln, eingreifen. Die Flamme selber hat ja kaum Umriss, aber das Feuerelement ist dieses ständige, unruhige, aktive, revolutionierende Element, das andererseits auch Wärme und Licht als eine positive Seite gibt. Was der Buddha als Feuerelement nennt, können wir am besten mit der Elektrizität vergleichen, mit Spannung, Schwingung, Vibration, geballter Energie. Es ist sozusagen die Tatkraft der Natur, die alle Bewegung reguliert und alle Spannungsverhältnisse unterhält. Das vierte Element, das Luftige, können wir fassen als Fluktuation, als allseitige Ausdehnung, etwas, das danach strebt, überall hineinzudringen, dabei zu sein. Es ist dem Stoffbegriff am fernsten. Es ist eigentlich nur ein Neigungsgefälle, das sich selber verteilen und nivellieren will, das, was im Mittelalter Horror Vakui, also die Flucht vor dem Vakuum, genannt wurde. Die Luft tendiert dahin, jedes Vakuum auszufüllen. Man kann sie im Gegensatz zu dem festen Element, das ich Zentripetalkraft nannte, als Zentrifugalkraft bezeichnen, als das Element der Explosion oder Expansion. So können wir vom Äußerlichsten zum mehr Vergeistigten folgende Reihe ziehen. Die Vierheit Erde, Wasser, Feuer, Luft nennt die äußerlichen Dinge und sinnlichen Erscheinungsformen der Vier Elemente. Die Bezeichnung Festes, Flüssiges, Hitziges, Wehendes nennen schon die Funktionen dieser Elemente. Die lateinischen Begriffe Kohäsion, Plastizität, Elektrizität, Expansion nennen schon sehr abstrakt das, was man die Kraftstoffe nennen kann, auf Deutsch etwa Schwerkraft, Anpassung, Spannung und Ausdehnung. Wir sehen, wie man von den mehr äußerlichen, empirischen zu immer mehr abstrakten, abgezogenen Erkenntnissen des Wesens dieser Phänomene kommt, die immer energetischer werden. Das, was zuerst primitiv aussah, was die griechischen Naturphilosophen in ihrer angeblichen Unkenntnis des Wesens der Welt gedacht hatten, sind hier, so wie es vom Erwachten gezeigt ist, schon wesentlich anders aus. Und verglichen mit der Erkenntnis der Naturwissenschaft sehen wir, dass diese eigentlich dazu kommt, auch nur noch solche Naturkräfte zu sehen, solche abstrakten Energiemöglichkeiten. Der Buddha hat zwar keine buddhistische Physik entwickelt, weil er seine Lehre ja auf das Heil des Menschen gründete. Er hat aber diese Dinge, die in der Wirklichkeit vorkommen, so aufgezeigt, so einfach dargelegt, wie sie in diesen vier Elementen grundsätzlicher gar nicht gefasst werden können. Die Materie ist nun nicht irgendetwas, an dem diese vier Elemente geschehen, sondern Materie ist der alltägliche Name der vier Elemente in ihrem Zusammenwirken. Es sind die vier Grundformen der Energie. Und diese vier Elemente sind in gewisser Weise atomar, nämlich unteilbar. Es gibt keine weiteren. Sie sind in dauernder Veränderung. Man kann die Materie als Materie nicht auf weitere Einfachheiten zurückführen. Sie sind im Grunde das, was die abendländische Wissenschaft seit Jahrhunderten gesucht hat. Die letzten Bausteine, die in einer ganz anderen, rein energetischen Dimension liegen, nicht in der substanziellen, wo man sie im 19. Jahrhundert gesucht hat. Das ist die Grundlage, wie der Buddha die Materie versteht und auf die vier Elemente zurückführt. Zweitens, was ist geistiges? Nama Nama ist der umfassende Name für die Dinge der geistigen Dimension, die im Pali auch als derjenige Bereich bezeichnet werden, wo es einen Geist, Mano, gibt, der als Inhalt Dinge, Dharma, hat. Diese Dimension von Geist und Geistobjekten lässt sich in dem Begriff Nama wiederfinden. Gehen wir einmal von uns selbst aus. Wenn wir hier einen Vortrag hören, dann geschieht in unserem Geiste Dreierlei. Zunächst sammelt unser Geist Daten, Begriffe und Namen. Auf dem Weg des Hörens werden die Bedeutungen begrifflicher Art von unserem Geist aufgenommen und in das Archiv des Geistes hineingebracht. So sammeln wir täglich unser ganzes Leben lang Daten, seien es rein sinnliche über die fünf Sinne oder, mit Hilfe der fünf Sinne, Bedeutungen, geistige Daten. Das ist die eine Schicht unseres Geistes. Darunter liegt die zweite Schicht, nämlich unsere Emotionen und Stimmungen. Da passt uns dieses oder jenes nicht, das mögen wir, das nicht, das finden wir langweilig, das interessant. Wenn man sich selbst beobachtet, merkt man, zum Beispiel bei einem Vortrag, wie dieses Stimmungsbarometer dauernd schwankt. Einmal ist man sehr gespannt, dann wieder möchte man einschlafen. Von diesem inneren Haushalt der Gefühle her kommen dauernd Anstöße in unseren Geist, die in gewisser Weise auch das Aufnehmen der Begriffe und Daten stören. Und eine dritte Schicht liegt darüber, über den Daten. Das ist die Schicht unserer Meinungen, nämlich das, was wir für richtig oder falsch halten, unsere Ansichten, unser Weltbild, das Gemisch von Ordnung und Unordnung, das normalerweise in einem Geist ist. Dieses Weltbild beurteilt, wie etwas zu sein hat, ob es zum bisherigen passt, ob es Verwunderung, Zustimmung oder Ablehnung erregt. Diese drei Dimensionen machen im Wesentlichen den Geist aus. Man kann sagen, das unterste, die Gefühle, sind reine Interjektionen, sind nur die A's und I's. Wenn man es genau verfolgt, tönt es da Ah, das mag ich, I, das mag ich nicht und Oh, was ist das? Mag ich das oder mag ich das nicht? Die zweite Ebene sind die Begriffe, die Vorstellungen, die Daten, die wir aufnehmen, die Bekannten oder Unbekannten. Diese Begriffe nehmen wir für wahr, sie bilden unsere Wahrnehmungen. Die dritte Ebene sind die Verbindungen, die Sätze, die Lehrsätze, Grundsätze, die Auffassungen, wie wir die Begriffe zuordnen und was wir für uns für ein geistiges Bild daraus machen. Interjektionen, Begriffe, Sätze, das sind im Grunde die Inhalte unseres Geistes. Dazu gibt es im Buddhismus ein sehr schönes Symbol. Es stammt aus den Höhlen von Ayanta in Indien, wo Höhlenzeichnungen gefunden wurden, die den Bedingungszusammenhang in der Lehre des Erwachten in einem großen Rad darlegen. Dieses Symbol wird besonders im tibetischen Buddhismus als Lebensrat gepflegt. Darin findet sich ein sehr tiefsinniges Symbol für das Phänomen Materie und Geist. Da ist ein wellenbewegter Strom, auf dem ein Boot schwimmt. In dem Boot sind vier Personen, drei sitzen, eine steht und steuert. Die schaumgekrönten Wellen lassen sich als die äußere Form verstehen, eben als die Welt mit ihren materiellen eindrücken. Das Boot ist die innere Form, nämlich der materielle Körper. Worauf Wellen und Boot schwimmen, der Strom, ist erst im nächsten Abschnitt zu verstehen, wenn nach der Herkunft von Materie und Geist gefragt wird. Was aber sind die Personen, die im Boot sitzen? Es ist der Geist mit seinen Inhalten. Wie die Personen im Boot sitzen, so sitzen in unserem Körper die geistigen Dinge, die wir mittels der Fünf Sinne ins Gedächtnisarchiv eingesammelt haben. Der Buddha definiert nun Nama mit fünf Begriffen, nämlich Gefühl, Vorstellung, Absicht, Berührung, Aufmerksamkeit. Aber wir sehen auf dem Bild nur vier Personen. Wie ist das zu verstehen? Zwei Personen sitzen im Boot sehr nah zusammen. Das sind Gefühl, Empfindung, Stimmung oder Interjektion und die Vorstellung, Wahrnehmung, Begriffe und Erlebnisdaten. Wir sahen ja schon, wie eng unsere Interjektionen und Begriffe, unsere Gefühle und Vorstellungen verbunden sind. Dem wird hier Rechnung getragen, in dem beide ganz eng aneinander sitzen. Die dritte, vorn sitzende Person ist die Absicht. Und Absicht wird im Palikanon vom Buddha für die unmittelbare Aktivität des Menschen gesetzt, eben für das Denken, welches Gefühle und Vorstellungen verbindet, kommentiert und in eine Struktur bringt. Diese dritte Person sitzt etwas abgetrennt von den beiden Ersten, weil die reagierende Stellungnahme zu Gefühlen und Vorstellungen nicht ganz so unmittelbar mit ihnen verbunden ist, wie diese untereinander. Die vierte Person steht. Sie ist die einzige, die über das Boot hinaus gucken kann, weil sie die Sitzenden und das Boot überragt. Sie hat ein Steuer in der Hand, mit welchem sie das Boot lenken kann. Das ist die Aufmerksamkeit, eine besondere Art der Aktivität. Der Steuermann Aufmerksamkeit kann nun zwei Dinge tun. Er kann entweder auf die drei Personen im Boot schauen und währenddessen das Boot treiben lassen, seichte Aufmerksamkeit, oder er kann den Strom und die Wogen selber beobachten und sich bemühen, dass das Boot nicht in Strudel gerät, sondern in ruhigeres Fahrwasser gelangt. Gründliche Aufmerksamkeit. Der Steuermann Aufmerksamkeit ist so im Grunde die einzige Funktion am Menschen, die eine Freiheitsmöglichkeit bietet. Alles andere ist bedingt festgelegt, karmisch prädestiniert. Da kommen von außen die Wogen des Schicksals heran und da kommen in unserem Geist die eingesammelten Dinge mit ihren Strukturen und Ordnungen auf. Nun können wir uns entscheiden, ob wir unsere Aufmerksamkeit auf das Bedingte richten wollen oder auf die Herkunft der Dinge und die Zukunft des Heils. Die Frage, wie man das Boot des Körpers mit seinen Geistesinhalten zum sicheren Ufer lenkt, ist die entscheidende Frage. Wo diese Möglichkeit benutzt wird, da hat der Mensch seine Freiheitsmöglichkeiten ausgenutzt und der Steuermann richtig eingesetzt. Wenn er sich nur nach der Berührung richtet, durch welche die drei Geistesinhalte Gefühl, Vorstellung, Absicht eingesammelt wurden, dann ist er seichter Aufmerksamkeit gefolgt. Wenn er sich dagegen über die Berührung erhebt und sich prüfend nach dem Heil umschaut, dann ist er gründlicher Aufmerksamkeit gefolgt. Und so gibt es im Boot nur vier Personen, aber in der Definition des Erwachten vom Nama fünf Inhalte, wobei die Entscheidung zwischen Berührung und Nichtberührung bei der Aufmerksamkeit liegt. Drittens Woher kommen Materie und Geist In der bisherigen Darstellung sind die Phänomene Materie und Geist lediglich in ihrem Vorhandensein betrachtet worden. Es wurde von ihnen eine Bestandsaufnahme gegeben, so wie sie der Erwachte in den Leerreden macht. Noch offen ist aber die Frage, woher denn diese beiden Phänomene stammen. Die Antwort darauf ist indes schon angeklungen, als in dem Bild vom Boot auf den Strom hingewiesen wurde, auf dem alles schwimmt. Bevor das näher erörtert wird, ist noch auf folgende Einteilung des Erwachten hinzuweisen. Erfasst die gesamte Existenz in fünf Faktoren oder Bausteine zusammen. Kanda Davon wurde der erste Baustein die Form Rupa Kando oben ausführlich nach den vier Elementen besprochen. Die drei mittleren Erscheinungen aber sind es, die den Geist anfüllen und das geistige Nama aufbauen, nämlich die Faktoren von Gefühl, wahrnehmender Vorstellung und aktiver Gestaltung. Darin sind die fünf Nama Elemente die Insassen des Bootes inbegriffen, in dem Absicht, Berührung und Aufmerksamkeit nach dem oben Gesagten in den Sankara wiederzufinden sind. Der letzte Baustein jedoch bedarf nun besonderer Betrachtung. Wenn wir zunächst wieder vom Bild des Bootes ausgehen und uns fragen, ob der Mensch in seiner Person denn alles sei, wenn wir ihn als Materie und Geist erfassen, dann werden wir sofort etwas vermissen, nämlich die Seele. Wir kennen ja alle die übliche Dreiteilung des Menschen in Körper, Seele und Geist. Die Seele, das Seelische, die Psyche, das Herz, ist aber das Eigentliche und Wesentliche, das Tiefste, während Körperliches, Physisches und Geistiges nur die Oberfläche darstellen. Dementsprechend schwimmt das Boot Namarupa auf der Oberfläche des Stromes, der das Eigentliche Treibende und Tragende der Existenz ist. Und das ist jene meist mit Bewusstsein übersetzte fünfte Erscheinung, die zur Vermeidung von Missverständnissen hier unübersetzt bleiben mag, eben das Vinyana. Ohne die Einbeziehung des Vinyana bliebe jede Beschreibung der fünf Existenzfaktoren des Menschen seelenlos und oberflächlich. Der Buddha spricht vom Vinyana Sotha, vom Strom des Vinyana und eben das ist der Strom auf dem Materie und Geist schwimmen. Das ist der Untergrund, die Herkunft. Es ist aber eine ganz andere Dimension. Das Sinnliche und das Geistige sind Erscheinungen, aber das Vinyana nennt das Erscheinen selber, die Herkunft aller Erscheinungen. Es ist wirklich das Herz aller Dinge, der Ursprung aller Phänomene. Wir hatten ja gesehen, wie auf der Ebene von Materie und Geist die Frage der Herkunft überhaupt nicht gelöst werden konnte. Da wurde versucht, die Materie aus dem Geist abzuleiten, in den Schöpfer-Gott-Religion und umgekehrt den Geist aus der Materie abzuleiten, wie in der Naturwissenschaft, was beides keine befriedigende Lösung gibt, sondern nur Behauptungen. Die Frage der Herkunft muss dieses Element des Seelischen, den Strom der Psyche, mit einbeziehen. Es ist die Conditio sine qua non, die notwendige Bedingung für Materie und Geist. Der Erwachte sagt im Bedingungszusammenhang, dass dieses Vinyana einerseits und Nama Rupa Materie und Geist andererseits sich gegenseitig bedingen wie zwei Schilfbündel, die sich gegenseitig stützen. Entweder sie stützen sich gegenseitig oder wenn eines umfällt, fällt das andere auch um. Sie stehen also in einer notwendigen Abhängigkeit. Sie sind nur zusammen oder gar nicht. Viertens Herkunft des Geistes Vorhin hatten wir die Reihenfolge Materie und Geist besprochen. Bei der Herkunft möchte ich umgekehrt mit dem Geist anfangen, weil das etwas leichter ist als die Herkunft der Materie. Wenn wir jetzt diese drei mittleren Daseinselemente Gefühle, Vorstellungen, Aktivität etwas abstrakter anschauen, dann entpuppen sie sich als Erscheinungen, die alle auf einen Hintergrund zurückweisen. Die Gefühle sind Resonanzen der Psyche auf die Begegnungen und Erlebnisse. Die Psyche ist wie der Gong und die Gefühle sind wie der Ton, der beim Schlag auf den Gong ertönt. Die Wahrnehmungen oder Vorstellungen sind in gewisser Weise die Reflexe, die Aufmerksamkeit vom Gefühl her angestoßen auf die Objekte des Gefühls, die gefühlsauslösenden äußeren Objekte hinrichtet. Diese Reflexbewegung ist das Wesentliche der von den Gefühlen gesteuerten Vorstellungen. Die Aktivität des Menschen, Absicht, Aufmerksamkeit, Erwägen, Überlegen, ist eine Reaktion auf jene Resonanzen und Reflexe. Es ist das Infragestellen und Verbinden mit den bisherigen Geistesinhalten. Die Frage, wie es einzuordnen ist, was man zu tun hat, wie man zu handeln hat, wie man zu reden hat, was man mit dem macht, was in den Geist hereingekommen ist. Diese drei Dinge, Resonanz, Reflex und Reaktion, verweisen auf eine Dimension des Inneren, auf eine psychische Dimension, ohne die es jene mittleren drei Daseinsfaktoren überhaupt nicht gäbe. Es wird in der Psychologie manchmal von der reizbaren Substanz im Menschen gesprochen. Das ist das, was an Spannungen, Gewohnheiten, Dynamik, Neigung, Schwung im Menschen vorhanden ist, die Gesamtheit seines charakterlichen Gefüges, sein unbewusstes Unterbewusstes. Aus dieser Tiefe her kommen die Antworten auf alle Begegnungen und Erlebnisse. Daher kommen die Resonanzen, die wir im Gefühl erleben, die Reflexe, die wir in unseren Vorstellungen vor uns haben, die Reaktionen, wie wir gestaltend mit den Erlebnissen umgehen. Im späteren Buddhismus wird vom Speicherbewusstsein gesprochen, indem alle Tendenzen des Menschen gesammelt seien. Der Buddha drückt es mit dem Begriff des Bewusstseins Stromes aus. Aber wir sehen schon, wie der Begriff Bewusstsein nicht ausreicht für diese Dimension, die auch gerade das Unbewusste mit umfasst. Diese gesamte Dimension des Psychischen enthält einerseits die Tiefendimension der gespeicherten Gewöhnungen und andererseits das, was der Buddha das jeweilige blitzartige Teil Vinyana nennt, wenn etwas an uns herankommt und im jeweiligen Augenblick erfasst Von dieser inneren Dynamik des Vinyana her wird das Archiv unseres Geistes angefüllt. Damit wird alles geprüft. Die Geistesinhalte sind sozusagen das Tagebuch der Erlebnisse unseres jeweiligen Daseins. Wir haben ja unsere früheren Leben vergessen, fangen jedes Mal wieder neu an als Tabula Rasa und so ist dieses Tagebuch eine unvollständige episodenhafte Aufzeichnung der Inhalte dessen, was wir erlebt haben, bei denen aber nicht dabei steht, woher sie gekommen sind. Letzteres ist die Funktion der gründlichen Aufmerksamkeit, des vierten Mannes im Boot, der prüft und feststellt, was eigentlich in uns ist und warum wir mit solchen Gefühlen, solchen Vorstellungen, solchen Aktivitäten leben und von woher die Gesamtheit dessen, was wir unsere Psyche nennen, greifbar wird. So verweisen diese drei Geistesinhalte, wenn sie mit gründlicher Aufmerksamkeit angeschaut werden, auf ihre seelische Herkunft, auf das, was der Erwachte Vinyana nennt. 5. Herkunft der Materie So, wie der Erwachte in Indien seine Lehre darlegte, war die Herkunft der Materie für die Inder nicht schwerer darzulegen als die Herkunft des Geistes. Dagegen ist für uns Abendländer gerade diese Frage der Herkunft der Materie erheblich problematischer. Ich sagte ja eingangs schon, wir haben in unserem Geist sehr zähe materialistische Meinungen und Vorstellungen, die einer Philosophie entspringen, die von der Naturwissenschaft längst widerlegt ist, was aber nicht hindert, dass in unserem Geist trotzdem noch solche Auffassungen über die Materie herrschen und uns beherrschen. Und diese Meinungen, diese dritte Schicht des Geistes macht es dem Abendländer schwer, das zu verstehen, was der Erwachte hier gesagt hat. Da sind zwei Fragen zu unterscheiden. Erstens, wodurch ist überhaupt Materie? Warum gibt es Materie? Was ist ihre Herkunft? Zweitens, warum ist die Materie gerade so, wie sie ist? Warum begegnet uns das Begegnende, das Erlebte, das Sinnliche gerade so und nicht anders? Diese beiden Fragen hängen voneinander ab. Zunächst die erste Frage, wodurch ist Materie bedingt? Ganz abstrakt können wir sagen, wenn wir Materie als Summe der Objekte erfassen, wissen wir philosophisch, dass alle Objekte durch das Subjekt bedingt sind, dass alles Erkannte durch Erkennen bedingt ist, alles Erfahrene durch Erfahrung, dass also die Fähigkeit des Erkennens selber die Bedingung dafür ist, dass überhaupt etwas materiell Erkanntes vorhanden ist. Diese Wahrheit war den Indern zur Zeit des Erwachten viel geläufiger von ihrer tieferen Erfahrung der Psyche her. Bei uns im Abendland ist unter den Philosophen eigentlich nur einer, nämlich Schopenhauer, der diesen Zusammenhang in seinem Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellungen etwa im Sinne des Erwachten behandelt hat. Ein anderer Denker Gustav Wühnecken sagt, für wen der Gedanke, dass eine Welt an sich der Erscheinungswelt entspreche, ihr ähnlich oder unähnlich sei, überhaupt einen Sinn hat, dem ist die grundlegende philosophische Intuition versagt geblieben, die Erkenntnis vom Erlebens- oder Traumcharakter der Welt. Das ist dasselbe, was ich eben mehr abstrakt nannte, nämlich, dass alle Erlebnisse, alle sinnlich und geistig begegnenden Dinge bedingt sind durch Erkenntnisfähigkeit. Nehmen wir die Erkenntnisfähigkeit weg, dann gibt es überhaupt keine Welt, denn alles, was wir wissen und erfahren, alles, was wir für so sicher und selbstverständlich nehmen, nebst den anderen, die unsere Meinung über eine objektive Welt bestätigen, Alle diese Dinge, die Materie der vier Elemente, die anderen Wesen, der Kosmos, sind letztlich nur Erkenntnisinhalte, setzen das Erkennen, die Fähigkeit des Bewusstseins, die Möglichkeit, etwas zu erfassen, bereits voraus. In der buddhistischen Literatur wird das mit zwei Gleichnissen zu beschreiben versucht. Vinyana, die Fähigkeit, überhaupt Inhalte zu erfassen, wird im ersten Gleichnis mit der Maya verglichen, dem Trug, der Einbildung, der Zauberei. Wie wenn ein Magier an einer Straßenkreuzung seine Trugbilder sehen lässt, indem er zum Beispiel den Seiltrick ausführt und die Menschen fallen darauf rein, so wird Vinyana als der Zauberer, der Maya-Macher geschildert. Im Grunde ist es ganz einfach. Dieses, unser inneres Erkenntnisvermögen ist der einzige Grund, der Vinyana-Strom die einzige Bedingung dafür, Objekte zu erfahren. Wenn das Vinyana läuft und strömt, dann sind damit gleichzeitig mitgeboren Sahaya, die Objekte. Es ist sozusagen die Spaltung des Bewusstseins oder der Welt in ein wollendes, strömendes, erfassendes Wesen, das ist Vinyana. Und sein Stützen, das Gewollte, Angestrebte, betrachtete, das ist Rupa und Nama, Geist und Materie. Rupa auf dem Weg der fünf Sinne und Nama auf dem sechsten Sinn, dem geistigen. Wenn wir einmal das oft gebrauchte Gleichnis vom Traum heranziehen, dann wissen wir, dass wir durch unsere innere Fähigkeit Bilder projizieren, dass aus der Psyche die Bilder hervorgehen, die keine andere Dimension haben als die Psyche selber. Wir sprechen von Aydetikern, also Menschen, die sich leicht Bilder plastisch vorstellen können. Das zeigt, dass man aus dem inneren Interesse sozusagen den inneren Film ablaufen lassen kann. Oder, wenn wir sehr engagiert sind und unsere Vorstellungen fast plastisch vor uns stehen, dann können wir das produzierende und projizierende Rollen des Vinyana an uns selber deutlich erfahren. In dem zweiten Gleichnis wird das Innere verglichen mit einem Maler, dem Maler Herz. Das Herz, die Psyche mit der Gesamtheit der Triebe, malt Figuren aus inneren Farben. Und unsere inneren Farben, das ist unser Mögen und Nichtmögen, unsere Anziehung und Abstoßung, welche da I und A sagt, helle und dunkle Farben malt und daraus die ganze Welt der vielen Gestalten schafft. Diese beiden Gleichnisse aus dem Kandasamjuta nennen existenziell das Gleiche. Der Zauberregisseur des Vinyana projiziert Bilder und der Maler Herz projiziert Bilder. Wenn der Mensch immer wieder dasselbe betrachtet, dasselbe erfasst, angetrieben von der wahnhaften geistigen Anschauung, dass das richtig ist, dann wird aus diesem Gewohnheitswahn und aus dieser geistigen Antriebskraft immer mehr eine Triebhaftigkeit, die aus sich heraus diese Phänomene der Welt, dessen was wir Welt nennen, ausbrütet und herausprojiziert. Das schildert der Erwachte in den ersten und wichtigsten Gliedern des Bedingungszusammenhanges, wo er sagt, dass durch das Unwissen der heilen Situation des Nirvana der Mensch im Vergänglichen wirkt, in dem, was immer wieder kaputt geht, den Töpfer vergleichbar, der Schalen produziert, die alle wieder zerbrechen. Durch diese geistigen Aktivitäten gewöhnt er sich daran, so aktiv zu sein, gewöhnt sich an seine Weltgewöhnung und an den Schwung der Getriebenheit. Daraus wird als viertes Element des Bedingungszusammenhangs dann Materie und Geist als das Produkt des Vinyana. Und die ganze Tragik des Lebens spielt sich dann in dieser Dimension ab, wo die Dinge einem anders begegnen, als man sie sich wünscht. Damit sind wir schon bei der zweiten Frage der Herkunft. Sie lautet, warum begegnet mir materiell sinnlich durch die fünf Sinne oder im Geist gerade das und nichts anderes? Das beantwortet die Karma-Lehre. Wenn ich an die Welt glaube, an ihr wirke, sie dunkler und heller mache, schicke ich sozusagen in ein Reservoir, das der erwachte Sein oder Werde Sein nennt, die abgesonderten Phänomene, die dann nach ihrem Gesetz irgendwann wieder an mich herantreten. Wir sind immer in der Gegenwart der sechs Sinne und an diesem Tor der Gegenwart kommen dauernd Begegnungen an uns heran, sozusagen Erntewagen dessen, was wir früher abgesondert haben. So wie wir früher mit den Begegnungen umgegangen sind, so kommt das, was wir aufbewahrt haben, was wir mit Gier und Hass abgesondert haben, wieder an uns heran. Im Grunde gibt es nur acht Wege, wie nach außen Dinge abgesondert werden, nach angenehm oder unangenehm, nämlich auf den vier Wegen Wegen der Redeweise und den vier Wegen des Handelns, drei Wege des Tuns und der Weg der Lebensführung. Damit reduziert sich die gesamte äußere Kammerlehre, soweit sie nichts anderes ist, als dass wir erstens die Worte erleben werden, die wir selber ausgeschickt haben, durch die vier falschen oder vier rechten Redeweisen. Ebenso haben wir zweitens alles, was uns auf der Ebene des Handelns begegnet, durch unser Handeln selbst gewirkt. Wie wir aus unserer Psyche heraus gehandelt haben, so kehren die Dinge an uns wieder zurück. So ist dieses sogenannte Schicksal eben Schaffsaal. So ist die Art, wie alles an uns herankommt, nur die Wiederkehr unserer Saat, die wir früher ausgeschickt haben. Ebenso ist es mit den Geistesinhalten. Was wir im Geist festgehalten haben, das taucht wieder auf. Die Gefühle, die wir stark eingezeichnet haben, tauchen in ihrem Rhythmus in uns wieder auf. Die hinreißenden oder die depressiven Gefühle überfallen uns wieder. Die Lehre von der Maya, vom Traumcharakter der Existenz und die Lehre vom karmischen Wirken, gerade diese beiden Pfeiler der Lehre sind etwas, das in unserem abendländischen Denken erheblich weniger vorkommt und uns eben viel ungewohnter ist als den Indern. Um dies etwas plastischer herauszuarbeiten, will ich noch einmal auf die vier Elemente zurückkommen. Wir hatten gesehen, dass die vier Elemente nur vier Energieformen sind. Wenn wir die Psyche näher betrachten, das Vinyana, mit seinem Untergrund, dem Strom, dann erkennen wir, dass auch das eine Form, eine Weise von Energie ist. Letztlich besteht die Existenz aus nichts anderem als aus psychischer Energie des Vinyana und aus physischer Energie der Materie. Die Begegnung zwischen diesen beiden macht unser gesamtes Leben aus. In der psychischen Energie ist das, was wir vom Leben verlangen, unser Wollen und Wünschen, und in der physischen Energie ist das, was wir von außen erleben, was als Welt auf uns zukommt, die uns bringt oder verwehrt, was wir wünschen. In dieser Diskrepanz zwischen Verlangen und Erlangen spielt sich die ganze Dramatik des Lebens ab. 6. Die vier Temperamente Diese vier Elemente als Energie lassen sich in Beziehung setzen mit etwas, was auch von den frühen Griechen entdeckt wurde. Die Dinge sich entsprechen. Denjenigen, der sich an Festes hält und sich darauf verlässt, der an das blutvolle Leben glaubt, nennen wir den Sanguiniker. Er ist der Gläubige, der sich an das hält, was ihm haltbar erscheint, sei es im materiellen Sinne, dass er sich an den Substanzglauben der Materie hält, oder dass er sich an die Lehre des Erwachten hält, an das wirklich Haltbare, an das Gesetz der Lehre. Derjenige, der im Fließenden schwimmt, entspricht dem, was die Griechen den Phlegmatiker nannten. Das ist im negativen Sinn der Träge, der Quietist, der die Dinge so laufen lässt, sich nicht anstrengen mag, eben mit den Dingen schwimmt, sich treiben lässt im Gewohnten. Im Positiven derjenige, der mit den eigentlichen Dingen des Herzens mitgeht, sozusagen sich dem Strom des geläuterten Herzens, dem beruhigten Seele hingibt, das, was in Indien Samadhi genannt wurde. Es ist auffällig, dass die meisten Gleichnisse über Samadhi vom Wasser her genommen werden, von dem flüssigen Element. So wird das Eingehen im Samadhi mit dem Weltmeer verglichen und das Nibana als höchster Samadhi mit dem großen Ozean, wo nichts mehr unterschieden wird. Wer mit dem Feurigen geht, den Atheriker, den reformatorischen Menschen bis zum Revolutionär hin, der auf Veränderungen ausgeht, im negativen Sinne, weltlich, revolutionär umgestaltend, die Dinge auf den Kopf stellend, im positiven, religiösen Sinne, der Läuternde, der Mönch oder Asket, der sich auch bemüht, die Dinge auf den Kopf zu stellen oder wieder richtig zu stellen, weil er sieht, dass sie auf dem Kopf standen, der Tapas übt. Was im Palitejo ist, das Feuerelement, das ist im geistigen Tapas, das geistige Feuer, die Umwandlungsenergie, wie wir sie besonders aus Berichten von tibetischen Yogis kennen. Wer im Luftigen wirkt, der entspricht dem, was die Griechen Melancholiker nennen, was wir aber, weil dieses Wort bei uns fast nur den negativen Aspekt hat, besser den Problematiker nennen. Es ist der fragende Mensch, der sich um irgendeinen Abstand bemüht, sei es im Negativen, dass der Abstand eine Flucht aus der Unvollkommenheit ist, der Rausch, des Luftikus oder der Stolz dessen, der von oben herab die Dinge sieht, wo die anderen für ihn Luft sind, bis hin, im positiven Aspekt, zu demjenigen, der sich aus dem Spiel herausnimmt durch Zurücktreten, was im Christentum Demut und im Buddhismus nicht ich genannt wird. Das sind die vier Temperamente im Falschen und Richtigen, im Positiven und Negativen Sinne, wie sie sich in der Beziehung zu den vier Elementen darstellen. Je näher man dieses betrachtet, desto mehr vergeistigt sich die Materie und ver-energiet sich die Psyche. Und man kommt von diesen beiden Seiten dann schließlich dazu, dass es sich hier um Spiegelbilder handelt, dass es zwei Seiten desselben sind. Die innere Seite, die man Temperamente nennt, und die äußere Seite, die man Elemente nennt. Das sind im Grunde die letzten beiden Bausteine der Existenz. Es gibt nichts anderes als die psychische Energie und die physische Energie, die sich in ihren einzelnen Erscheinungsformen, in jenen beiden Vierheiten aufeinander beziehen und zwischen denen die gesamte Daseinsproblematik liegt. Alle Verhältniswerte der Gefühle, der Vorstellungen und Aktivitäten gehen mit diesem Verhältnis von Psyche und Physis um. Sie sehen, wie für unser Verhältnis zu den Dingen, die wir so unreflektiert als Ich und Mein nehmen, dieser Überblick über die Existenz nötig ist. Das heißt, wir müssen wissen, was Materie, was Geist und was Seele ist und wir müssen deren Gesetze kennen. Im Grunde ist das der Inhalt der gesamten Lehre, der gesamten Darlegung des Erwachten. Er zeigt diese fünf Kanda, die Daseinsfaktoren, die Existenzbausteine, erste Wahrheit, ihre Herkunft, ihre Bedingungen, wie sie wechselseitig entstehen, zweite Wahrheit, nennt dem gegenüber die heile Situation des Nirvana, dritte Wahrheit, und weist dann als vierte und wichtigste Wahrheit den Achtpfad, den Weg, der aus dieser bedingten Situation des Samsara zum Nirvana führt. So erfordert dieses Thema, das zunächst wie ein beschränktes philosophisches Teilthema aussieht, bereits eine recht umfassende Kenntnis der Lehre.